Untertitelung. BR 2018 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 Das ist alles legal. Denk doch mal an deine Schulden. Ja, dann frage ich mich, wo wolle ich deine Rechnung getan habe. Ich kann doch meinen Kopf nicht kündigen auf dem Gebäude. Ja, wovon wollte ich leben? Mach dir doch keine Sorgen, ich hab das alles bestens kalkuliert. Du kriegst ein normales Gehalt, du kannst mit dem Rahmen an deine Schulden zählen, dann schlussst du noch mehr. Dann scheint mir keine andere Wahl. Ich meine, ich mach das. Vier Wochen später, Frau Nebel hat Mare Kegel als Geschäftsführer eingesetzt und dadurch eine neue Konzession für die Spielhalle bekommen. Dass Nebel damit einen perfiden Klamm verfolgt, ahnt Mare Kegel noch nichts. Seinen alten Job als Gebäudeleiniger hat Mare kündigen müssen. Der Kontakt zu seiner Frau ist abgebrochen. Sie hat aber die Scheidung bisher nicht eingereicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die beiden haben hier ohne so einen Verstand einfach nur Münzen in diese Spielautomaten schmeißen. Das Ganze nicht nach Geld wäschen. Das bedeutet, dass man Gelder, die man auf illegalem Wege bekommen hat, versucht durch die Benutzung der Automaten reinzulaschen. Denn sind die Gelder erstmal auf dem Automaten draußen und sind auf der Bank eingezahlt, dann kann man deren Herkunft nicht mehr nachvollziehen und auch nicht mehr nachprüfen. Und das Ganze nennt man eben Geldwäsche. Und das ist verboten. Ich kann es vergessen, Mare Kegel. Ich habe auch so kunde Dinge, aber ich habe keinen Bock. Ach, jetzt stelle ich dich so an. Du riechst ja in dem Peterzimmer wie mit dem Kumpel sitzen, mit Erik zusammen. Hast du nicht mal Bock zu pokern? Du weißt gar nicht mehr so wie früher? Das hast du was ganz genau, was ich nicht mehr spiele. Auch Helen wird sich doch sicher freuen. Obwohl, sie erwähnt dich schon gar nicht mehr beim Frühstück. Was hast du, bist du so ein Arschloch. Das will ich jetzt überhört haben. Du wirst jetzt zur Bank und riechst jetzt die offiziellen Einnahmen weg. Du wirst hier nicht bezahlt für nichts tun. Dafür habe ich schon Tina. Einen Tag später. Mare Kegel hat tatsächlich die Anweisungen von Paul Nebel befolgt und einige tausend Euro Silbergeld aus den Automaten zur Bank gebracht. Heute hat ihn Paul beauftragt, das Geld wieder in großen Scheinen abzuheben. Auch das tut Marek nur widerwillig. Schließlich muss er feststellen, dass Paul Nebel nur als Geschäftsführer eingesetzt hat. Smart TV Smart TV Ton aus Ton an Kanal Nummer 10 Abbrechen Turm an Dann ist der Nebel aus der Verantwortung raus. Und drin hängt der Heger eben als Betreiber dieser Spielhalle und damit eben auch Veranstalter dieses illegalen Glücksspiels. Du mieses Schwein, ich fass es nicht. Es ist doch was, dass ich mich auf dem Geschäft nur eingestellt. Hör mir das, oder? Schön. Age Halliens Tod haste und Vielen Dank. 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 Smart TV ausschalten. Ja. 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 Ja.